ja hallo und herzlich willkommen wieder zurück zu rcc die stöpsel ein bisschen nitro 1 zu 8 gt heute mit ganz wenig nur noch im start den ersten können auswählen das sehen wir wollen und bei denen ja aber ich sagen schauen wir einfach nur mal kurz rein heute und schauen einfach mal welche noch mit am start ist und würde sagen machen ganz kurzes video raus und schauen uns die schnellsten rennrunden an was natürlich halt auch sehr sehr wichtig ist oder was ich hier mal ganz interessant finde sagen wir es mal so was die leute hier für rundenzeiten gefahren sind wir haben hier den john brum mit am start so mir mal weiter ran john brum haben wir hier mit am start an andrea badetta haben wir ebenfalls mit am start wem rastrick haben wir auch am start und ein deutscher hat sie geschafft ja punkt hemmer milan hier auch in den top ten und ich würde sagen wir schauen direkt mal wenn wir hier alles was die hier alles für zeiten gefahren sind und ich würde sagen ich lasse heute die endrangliste mal ein bisschen länger laufen nun hier von den anderen noch mal die zeiten sehen wollt oder auch das kohle freuen dann schaut einfach bei google unter vrc pro geht dann auf events sondern unter den events die schon waren einmal ganz runter scrollen und dann ist da 1 zu 8 nitro gt3 strecke ist lost hallo in der schweiz übrigens und ich würde sagen wir spulen direkt einmal vor und schauen was die leute hier für zeiten gefahren sind so ein john brum schnellste rennenrunde 20 763 der grimm maistrick 20 846 milan 21 350 und wenn wir es noch eine minute auf die uni schauen wir uns hier mal bei john brum an seinem auto hier und schauen wir schon hier gefahren ist john kommt hier aus dänemark europa hier richtig gut mit vertreten hat hier konstant an 20 tief bis 20 hoch zu 20 0 20 9 fährt er hier sehr sehr oft jetzt haben wir hier noch zehn sekunden auf der uhr und 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 ist fertig und damit sind alle fahrer fertig. Hier haben wir die Endrangliste. Kevin Westgreen gewinnt vor John Broome, Graham Rice Trick, Andrew Milan und R. Hemmer. Und dann haben wir jetzt am Anschluss nochmal das komplette Endergebnis. Und ich sag schonmal Tschüss und bis morgen.